bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in den Level Challenges. Phantom Speed heißt unsere Aufgabe. Ein Stern gibt es dafür. Wir sollen einen Passing Touchdown in fünf Spielzügen erzielen. Es geht gegen die Raiders, gegen die Las Vegas Raiders. Leider nicht in dem neuen Stadion, sondern hier im Stadion der Dallas Cowboys. Es steht 24 zu 24. Im vierten Quarter sind wir hier schon. Wir haben einen ersten und zehn an der Mittellinie. Und wie gesagt, fünf Spielzüge, dann müssen wir in der Endzone sein. Und wir gehen gleich mal tief, denn unsere beiden äußeren Receiver, Cooper und Lamb, sind in der Press Coverage. Wir schauen uns das mal an. Die laufen alle, wer weiß wohin. Press Good an die 40-Jahr-Linie. Second End Inches. So, das war Play Nummer eins. Play Nummer zwei gehen wir per Audible in einen Passspielzug. Double Slant, Johnson und Cooper links. Lamb von der rechten Seite. Oh, da ist Johnson frei. Und im zweiten Play ist das der Passing TD für die Dallas Cowboys. Boah, das ging ja mal ruckzuck. Da müssten wir eigentlich schon durch sein mit der Nummer eins. Maximum Stars. Das war's schon. Phantom Speed erledigt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.